Herzlich Willkommen zur 57. Folge von Risen. Wir sind hier gerade am Tempel unterwegs. Da ist ein Stein an der Thron. Achso. Ich glaube ich weiß jetzt sogar wo ich bin. Wieder. Oh fuck. Ich bin gerade wieder. ja das war der letzte ich brauche kein Dietrich ja ich habe kein Dietrich mehr das läuft bei dir ich habe mir damals Gold geliehen um schneller fliegen zu lernen das war hart das war auch teuer das war gedrückt mir jetzt was Magie wirkt hier nicht. Ja, das war damals alles noch schön und gut. Mittlerweile. Egal was rauskommt, das können sie einfach Spiele kaufen. Das ist total langweilig irgendwie. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja. 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 Es hat ja nicht Display gelesen Was ist das? Deswegen hast du mich letztens gesagt, dass ich arm bin. Weil du reicher bist. Du gehörst zu mir reichen. Jetzt kann ich mich rechalten. Sie sind öffnet dich, da komm ich immer nicht rein. Verdammt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ach komm! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 mal schön alles ich habe keine die verdammte scheiße wir konnten mir die 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 ausgehende fand ich war noch nie in ein spiel das mir wie er mal später spiel die ausgehen ich wusste gar nicht dass das möglich ist titanbogen doch doch ich habe alles bloß mal drängen sind teurer als niedrige glaube ich nur so ein sparsamer junge das hat sich gelohnt das alles Okay, okay, okay. Okay, hier war ich gerade, passt. Muss ich teilen. Hmm. Okay, okay. Okay, okay. Jetzt mal wenig noch trug in einer Tür, oder was? ok das funktioniert letztmals nicht funktioniert glaube ich jetzt verstehe ich langsam wie der tempel funktioniert am ende das war bald aber die haben das weg Dieser Kristall strahlt eine seltsame Macht aus. Magie wirkt, Magie wirkt hier nicht. Zum Glück kann ich in der Theorie Bogenschießen in der Praxis sieht das nicht so aus. Hier steht etwas wie bei Magie. Okay, das war das meiste was man haben kann. Magie wirkt hier nicht, Magie wirkt hier nicht. Magie wirkt hier nicht. Magie wirkt hier nicht. Okay. Ich verstehe, ich verstehe gar nichts. Magie wirkt hier nicht. Kann ich jetzt mit dem Bogen abschießen, das Ding da? Ja. Magie wirkt hier nicht. Kann ich jetzt mit dem Bogen abschießen, das Ding da? Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich habe sich was einfallen lassen. Sowas gefällt mir bei Spielen immer, da ich ein bisschen überlegen muss. Ich darf nur Wege entlang laufen. Ich darf nur Wege entlang laufen. Jetzt haben wir hier ein schönes Witz erzählen. Ein Rubin. Ein Rubin. Ein Rubin. Ein Rubin. Ich weiß nicht, ob der für die läuft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt für jemanden zu kompliziert war. Also wenn du so, wenn... Dann sollen die Leute ihren Computer einfach kaputt schlagen. Um Laufmann zu spielen. Das war eine geistige Schaltung. Vorsicht. Genau. Am besten auch mit so Geräuschen. Drücken sie jetzt A. Wenn du so springen musst oder so. So nette Frauenstimme wie beim Navi. Springen sie über diesen Stein. Drücken sie anschließend linke Maustaste. Ah, das war wieder ein schweres Rätsel. Ja. Das kenne ich auch, ja. Rüstungsteil. Arm und Ballplatten von Jose Goss Rüstung. Das kenne ich tatsächlich auch, ja. Dieser Stein sieht ruhig aus. Aber es ist ja nur, wenn du gestorben bist. Ich meine, bei Mario. Du stirbst ja nicht, weil du den Weg nicht findest. Weißt du was ich meine? Ich stirbst einfach, weil du... Vielleicht ein bisschen doof bist oder ungeduldig. Das ist bei mir immer der Fall. Ich sterbe immer, weil ich ungeduldig bin und zu schnell durchrennen. Dann nehme ich die Löcher fallen. Boah. Du hast doch die Reflexe gesehen. Dann ole ich das. Okay. ich habe der video controller ist ja ich der ju so ein bisschen meint ist ich noch falsch anbekommen und jetzt bleibe ich noch hängen oder was nee aber das wird schärft weil ich bei die ausführung da bist du ja warum hat das denn so lange gedauert naja jetzt bist du ja da was du erfolgreich natürlich ich habe gefunden was ich hier an der westküste gesucht habe wirklich was ist es denn ein teil des rüstzeugs eines mächtigen kriegers aus längst vergangenen taten und was ist an dem alten kram so wichtig es wird mir hoffentlich gegen das nügel helfen was aus dem vulkan auszubrechen versucht aber es ist ja nur ein teil einer rüstung wie willst du das ding wieder ganz bekommen ich werde zu eldrick den druiden gehen er hat mir schon mal geholfen etwas zu machen so so eldrick naja du scheinst ja zu wissen was du tust das kannst du am besten und wenn du damit fertig bist hauen wir ab ja meinst ich soll dir helfen den restlichen kram deines vaters zu tun vielleicht es würde sich für dich lohnen ja da bin ich mir sicher ich muss erstmal das debakel da unten im vulkan tempel überleben dann können wir weiter reden ja das will ich auch hoffen denn sonst naja ja ach nichts komm einfach wieder okay ich muss jetzt gehen du weißt ja wo du mich findest wenn du viel glück mein helfe aha jetzt geh doch endlich und bring diesen verfluchten vulkan zum schweigen da steht jemand voll auf mich ich finde mal heraus wo ich meinen letzten teleport stein finde du meinst ich will die tarnstab mehr sehen etwas feuer spüren das wollen alle nein nein sie will dass ich das feuer lösche dass sie in ihr brennt nicht äh 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 da war doch nur der Schatz auf der Unnahm Strand ist der letzte Teleportstein sieht nichts aus es ist ein Teil des Teleportsteins es ist ein Teil des Teleportsteins es ist ein Teil des Teleportsteins hier drei da ein paar, da zwei, da hier drüben genau, genau soll ich mal schmieden lernen für Schmuckstücke komm wir lernen wie viele Lernpunkte habe ich 35 kann ich 20 verschwenden hast du so ein Schwert schon mal gesehen sieht seltsam aus so ein Material habe ich noch nie gesehen, ist aber bestimmt keine schlechte Klinge kannst du sonst noch was dazu sagen hör mal, die Jungs hier achten ziemlich darauf wie ihre Waffe aussieht und mit so einem Ding wird hier keiner rumlaufen ich habe einfach keine Zeit mich damit zu beschäftigen, da musst du dir wohl jemand anders suchen Penner hat seine Quest bekommen, wow bring mir was über das Schmieden bei als einer hat ich war das Schmieden und einfach Schmuckstücke herstellen zeig mir wie man schmiedet zunächst einmal werde ich dir zeigen wie du Einhandschwerter schmiedest um ein Schwert zu schmieden brauchst du einen Rohling zuerst machst du den Rohling an der Esse heiß wenn er glüht und der Stahl weich genug ist kannst du ihn am Amboss zu einer Klinge zurechthauen dann kühlst du die Klinge ab damit sie hart wird anschließend schleifst du sie am Schleifstein das ist alles du kannst auch einfache magische Schmuckstücke herstellen dafür brauchst du einen Goldschmiedetisch magische Stücke beziehen ihre Kraft aus dem Edelstein den du einsetzt die Kunst besteht darin den Edelstein in Gold einzufassen um daraus einen Ring oder ein Amulett herzustellen schmieden zwar das kann ich dann deine Fertigkeit im Schmieden von Waffen und Schmuckstücken du kannst Bastardschwerter schmieden und magische Ringe herstellen machen wir ich will Bastardschwerter schmieden wie man eine Waffe schmiedet weißt du ja schon aber um größere Waffen zu schmieden musst du deine Technik ändern eine große Klinge kühlt schneller aus deshalb musst du schneller und präziser arbeiten fass den Hammer weiter oben an dann brauchst du nicht so viel Kraft und du kannst schneller arbeiten diese Präzision hilft dir auch beim Goldschmieden so kannst du feinere und mächtigere Schmuckstücke herstellen Schmieden 3 du kannst Zweihandschwerter schmieden und magische Amulette herstellen machen wir ich will du musst den Schmiedehammer auf der glühenden Klinge ich bin ein Arbeitstier schnelle und präzise Schläge wenn du dieses spezielle Singen der unfertigen Klinge hörst machst du es richtig nur so kannst du die allerbesten Eigenschaften des Metalls hervorholen und wahrhaft meisterliche Stücke anfertigen ok ich brauche einen glühenden Honig lol ich darf wohl in sein Haus nicht dran alles klar dann beenden wir mal hier unsere Folge in der nächsten Folge mach schön wir zum nächsten Tempel wenn es dir gefallen lasst mir doch ein Like und Auber da und schalt zur nächsten Folge wieder ein bis dahin tschau